Hallo ihr Lieben! Wir sehen uns heute nicht in der Küche, sondern im Bad. Warum? Ich hatte einige Fragen bezüglich unserer neuen Antizellulite Box. Da habt ihr gefragt, wie man unsere Massagerolle benutzt und das werde ich euch jetzt kurz erklären. Unser Massageroller ist ein kleines Gerät aus Plastik mit Silikonnobben, um die Massage sanft durchzuführen. Wir fangen immer mit den unteren Extremitäten an, von unten nach oben. Eine trockene Massage ist effektiver, aber wenn ihr das am Anfang gar nicht könnt, dann geht das auch natürlich unter der Dusche oder mit Anwendung von Cremes. Also so eine Säurebasencreme wäre da auch empfehlenswert. Und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch gerne eine Säurebasensalz benutzen, unter der Dusche einmassieren und Minuten später abduschen. Hinterher richtig einklemmen, damit die Haut nicht trocknet. Genauso von der inneren Seite. Bewegung von unten nach oben. Das gleiche vom Knie bis zum Oberschenkel hoch. Wobei, Oberschenkel darf schon mit kreisenden Bewegungen gemacht werden. Das gleiche mit dem Po. Kreisende Bewegungen. Und langsam gehen wir bis zum Bauch. Ebenso kreisende Bewegungen. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir, schreibt mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.